Ich möchte dich etwas fragen. Und ich möchte dich auch etwas fragen. Sagen wir es doch gleichzeitig. Ich zähle bis drei. Okay. Eins, zwei... Magst du auf mich kacken? Was? Was machen deine Feigwarzen? Es sind deine Feigwarzen, ich hab sie von dir. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Sehen Sie den blinden Jungen da? Pusten Sie seine Kerzen aus, bevor er dazu kommt. Samantha hat erzählt, dass sie ihren Sohn zu Hause unterrichten. Es ist sehr wichtig, dass Kevin die gleichen Erfahrungen wie jeder normale Heißgutschüler macht. Du hast deine Bücher fallen lassen, Arschgesicht. Hey Jungs, kommt mal her, seine Kringellückchen abschickt. Überreißung. Ich hab dir einen Kobold gefahren. Ich werde dir die Eier abschneiden und dich mit ihnen füllen. Wenn all das... Die sind so eierfixiert. Draußen warten 10.000 Weiße, die denken, dass wir nicht gut genug sind. Ob der gewinnt oder verliert. Ich bin so stolz auf euch. Ihr werdet gewinnen. Welches Spiel spielen wir hier? Basketball. Welche Farbe hat ihre Haut? Weiß? Die Weißen fegt ihr doch erst recht weg. Ihr seid schwarz, die sind weiß. Das ist nicht Eishockey. Das iBay ist ein... High-Fidelity-MP3-Player. Die Jungs stecken ihren Penis in die Öffnung. Wagi, Paul. Und der Lüfter zerfleischt dann ihren Penis. Gab es Probleme? Irgendwelche Warnsignale? Hey. Kann ich reinkommen, bitte? Debbie Clark ist hier. Du weißt schon, die, mit der du schon mal aus warst. Das wäre jetzt echt peinlich. Mom, bitte nicht, warte. Mom, lass mich, wenn ich... Die hat ihre Periode. Was soll ich jetzt tun? Wir müssen sie irgendwie zustopfen. Notruf, meine Freundin, blutet aus ihrer Vagina. Ich habe gefrorene Erbsen und einen Schwamm. Oh Gott! Nein, nein, nein. Wie konntest du diesen Penner für Zauberbohnen einblasen? Das war ein Magian. Das ist nicht fessisch. Wer auf dich... Draufkackt. Du willst doch nicht Mr. Zweimal drücken, danke. Bitte sein. Meine Güte, und ich dachte schon schlimmer, kann es nicht werden. Wie oft muss ich euch das noch sagen? Ihr seid schwarz, die sind weiß. Wollen Sie damit sagen, Trainer, wenn wir dem Herrn folgen, dann... Der Herr hat seinen Teil bereits getan. Er hat euch schwarz gemacht. Er hat euch ein Riesenschwanz geschenkt. Dribbelt mit euer Morsprügel.